Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video wollen wir noch einmal wiederholen, wie man auf eine ganz einfache Art und Weise eine Tangentengleichung aufstellen kann. Für eine Tangentengleichung brauchen wir erst einmal eine Funktionsgleichung und einen Punkt, durch den die Tangente verläuft. Wir haben hier x0 gleich 2 als Punkt. Wir brauchen bei dem Punkt aber auch die y-Koordinate. Hier haben wir nur die x-Koordinate. Um die y-Koordinate herauszubekommen, müssen wir jetzt einfach die x-Koordinate in die Funktionsgleichung für x einsetzen und erhalten die dazugehörige y-Koordinate. Die y-Koordinate ist also minus 4. Damit haben wir jetzt sowohl die x als auch die y-Koordinate des Punktes. Wir werden das gleich brauchen. Als ersten Schritt können wir jetzt die Steigung der Tangente ausrechnen. Wenn wir uns jetzt die Zeichnung ansehen, sehen wir, dass der Punkt auf dem Graphen die gleiche Steigung hat wie die Tangente. Um also die Steigung der Tangente zu bekommen, müssen wir einfach die Steigung des Punktes auf dem Graphen berechnen. Für die Berechnung eines Punktes auf dem Graphen brauchen wir die erste Ableitung und mit der ersten Ableitung machen wir jetzt auf der nächsten Folie weiter. So, nachdem jetzt die erste Ableitung gebildet wurde, müssen wir jetzt in dieser Ableitungsfunktion einfach den x-Wert des Punktes einsetzen, dessen Steigung wir haben wollen. Wir setzen also 2 für x ein und erhalten minus 1. Minus 1 ist also sowohl die Steigung des Punktes p als auch die Steigung der Tangente. Damit haben wir die Steigung der Tangente berechnet. Dann können wir jetzt in die Tangentengleichung die minus 1 als Steigung einsetzen. Tangentengleichung ist ja eine Geradengleichung, dessen Steigung gleich minus 1 ist. Jetzt können wir den zweiten Schritt machen und zwar muss noch das n berechnet werden. Dann sind wir fertig. n ist also der y-Achsenabschnitt der Tangentengleichung und um das n zu berechnen, brauchen wir jetzt die Koordinaten des Punktes p. Der x-Wert und der y-Wert des Punktes werden in die Tangentengleichung eingesetzt. Minus 4 kommt also für den y-Wert nach vorne und für x setzen wir jetzt die 2 ein. Nachdem wir diese Koordinaten eingesetzt haben, machen wir die erforderlichen Rechnungen und stellen die Gleichung jetzt nach n um und erhalten für n minus 2. Damit haben wir die Tangentengleichung vollständig. Unsere Tangentengleichung lautet minus x minus 2. Ja, so einfach kann man eine Tangentengleichung aufstellen, egal ob das eine Wendetangente ist oder eine normale Tangente. Auf diese Art und Weise kann man eine Tangentengleichung immer aufstellen.